Moin, herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map hier in der Version 1.8 ohne Gräben heute am Mittwoch. Wir sind dabei Feld 13 und 26, die wir uns gerade gestern gekauft haben, gestern oder vorgestern gekauft, äh gestern glaube ich, noch zu düngen, damit wir die abernten können. Da ist Roggen drauf und wir waren auch weiterhin dabei, noch Rinder hier zum Schlachter zu bringen. So, machen wir jetzt mal weiter mit. Ich habe jetzt auch noch mal einen neuen Micheletto Mod mir besorgt und wir dann gleich mal mit dem hier zum Händler fahren und mir den neuen Micheletto Trailer kaufen. Gucken, ob ich mit dem dann Rinder aufladen kann. Schauen wir mal. Wir müssen auch bald mal hier hin und Fleisch und Wurst abholen. Die Bauernplätze sind fast voll. Naja, gucken wir mal. Und dann einfach mal hier hin. Und jetzt jetzt, was ich hier dir was,? So, den lasse ich jetzt gleich mal hier vorne stehen. Ich bin ja von der Zugmaschine auch nicht so begeistert. Die verdreht sich hier ja immer. Dann werde ich mir, glaube ich, noch eine MAN kaufen. Und deshalb lasse ich den jetzt hier erstmal stehen und gehe auf Einkaufskurs. Lkw. MAN, war das der? Nee. Davon habe ich noch keinen. Davon habe ich schon zwei. Also, wir kaufen uns noch einen davon. Anhängerkupplung und Anhänger hinten. Kaufen wir uns jetzt mal hier Top of the Pops, wa? Anzen. Und die Felgen. Ja, möchte ich. Schön. Dann muss ich gleich nochmal gucken, wo ich denn jetzt den Micheletto-Trailer habe. Jetzt hier bei den Tieren mit drin. Der ist es nämlich nicht. Der ist es nämlich. 40, das ist nämlich doppelt soviel. Auswählen. Und dann kaufen wir gleich noch einen davon. Jetzt haben wir nämlich auch den richtigen. So, und jetzt. Hier haben wir unsere Zutmaschine stehen. In schwarz. Ich verkaufe das andere noch nicht. Das mache ich gleich erst. Die Zugmaschine, die behalte ich glaube ich für Milch und so. Wobei, mal schauen. Na, vielleicht auch nicht. So, es gibt ja hier einen Kurs. Rinder, Schlachter, Rinder. Und auf den begeben wir uns jetzt mal. Mit unserem Neuerwerb. So. So. Ich bin jetzt schon durchgesappt, bin ich schon dran vorbei? Sag mir eben, ich hab gar nicht hingeguckt, ne bin ich nicht, super. So, den machen wir jetzt noch einmal voll und vielleicht müsste dann ja eigentlich auch unser Micheletto hier sein, unser erster. Wunderbar. Zurzeit können wir hier den Axion... ...können wir zurück zum Hof fahren. Bild 13 ist gedüngt. So. So. Der andere hat den Wartepunkt erreicht. Und dann gucken wir gleich mal, was der Micheletto sagt. Ob der denn mitspielt oder nicht. So. 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 Einmal voll machen, bitte. Und dann einmal in die Ecke stellen, bitte. Das Feld ist fertig, Feld 26 brauchen wir noch einen Moment. Ja, und wie ihr seht, ich habe hier schon überall schön die neue Beleuchtung an, die die Fäde eingebaut hat. Hier, wofür müssen unsere Solarzellen auf dem Dach ja gut sein? Gut, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Was denn der Micheletto jetzt sagt? Ich habe vorher den Falschen gehabt, ey. Voll doof. Ja, und schon funktioniert's. Das ist ja Wahnsinn, ne? Ja. 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 Jetzt muss ich gleich vor allem erstmal hier echt hinfahren und das Zeugs abholen und verkaufen. Ich bin jetzt hier leicht. Wenn ich Ihnen nicht an der Zeit habe, ich bin sehr знаком. Ich bin sehr frech. Wie ist das? Ich bin sehr gut. Ich bin sehr froh. Super. Achso, den wollte ich ja jetzt gar nicht so weit fahren lassen. Den wollte ich ja nur bis zum Händler. Und dann den Micheletto holen und den hier verkaufen. Ich erinnere mich. Da muss ich doch gleich mal eben gucken. Dann den Micheletto, den zweiten hier. Und schon. Schon soll das wohl gehen. Da fahren sie beide. Super cool. Ich sehe nur einen Abfahrer irgendwo anders stehen. Ja, hier. Autoload. Ja, okay. Ja, gut, dann muss ich ja doch... Ja, gut. Jetzt holen wir erstmal hier Fleisch und Wurst ab und verkaufen die. Was haltet ihr davon? Und dann noch mehr Felder kaufen. Was ist denn geladen? Ja. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier ein bisschen Platz machen. Ach man. Dann, weiß ich mir so, mein Headset vom Kopf. So, ich stelle den erstmal hier so hin. Da stehe da niemanden. Und dann bringe ich hier den anderen wieder auf den Weg. Und dann geht's gleich ans Geld verdienen. Aber das machen wir morgen. Für heute erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Wenn's euch gefallen hat, ihr wisst ja, Kommentar, Like, Abo. So, wie immer, kommt mich bei Facebook besuchen. Kommt auf meine Homepage. Priesenjung 13. Würde mich alles sehr freuen. Und noch mehr freut es mich natürlich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Am Donnerstag. Nächstes Wochenende, also das, was jetzt kommt, keine Livestreams von mir. Ich hab keine Zeit. Leider, leider, leider. Aber übernächstes Wochenende wieder. Ah, und in der Zeit könnt ihr noch eben bewundern, wie ich hier wieder dilettantisch versuche einzuparken. Rückwärts. Was dann doch ganz gut funktioniert. In diesem Sinne sag ich mal, ciao, bis morgen.